Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu meinen neuen Farb Products in Farb Weeks und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dir. Ja, bei meinen letzten vier Wochen durften ja vier Lip Liner dran glauben. Das waren ja diese vier hier. Ich persönlich bin die Lip Liner mittlerweile so ein wenig satt. Ich habe gar keine Lust drauf gehabt, die überhaupt zu verwenden. Ich habe sie hin und wieder verwendet, aber ich bin halt, keine Ahnung, ich hatte da irgendwie keine Lust drauf. So, jetzt zu den Sachen, was, wie viel und so weiter und so fort. Da habe ich einmal den P2 Perfect Color Lip Liner in der Farbe Glamour Diva. Ich habe tatsächlich überlegt, den auszusortieren. Das ist diese Farbe hier. Aber ja gut, weißt du, es ist halt nur ein Lip Liner. Also der nimmt jetzt nicht viel Platz weg. Der hatte vorher 5,25 und jetzt hat er 5,24. Also dann Art Deco. Der hat auch nur, also der hatte vorher 4,6, ach Quatsch, 4,69 und der hat jetzt 4,67. Also auch nicht, wer weiß, wie viel, aber den habe ich allerdings öfter verwendet. Hab den nicht geswatcht, weil der halt einfach nur transparent ist. Den habe ich halt verwendet, wenn ich halt einfach krassen Lippenstift drauf hatte, habe ich den halt darunter gegeben und der wird auf jeden Fall behalten. Dann habe ich einen, da wurde ich sogar in einem Video darauf angesprochen, was ich auf den Lippen trage. Das war dieser hier. Und zwar ist das der P2 Perfect Color Lip Liner, auch einer davon, und zwar in der Farbe Naughty Girl. Und das ist der hier in der Mitte. So, und der hatte 5,47 und hat jetzt 4,39. Und dann halt einer von Malu Wills. Das ist der hier, der obere hier. Der ist ein richtig schöner Rot. Der wird auf jeden Fall behalten. Das ist die Farbe 45. Und der hatte 6,79 Gramm und hat jetzt 6,67. Ja. Wollte ich mit euch dann natürlich zusammen wieder meine App rausholen und schauen wir mal von den 22 Produkten, was diesmal für eine Kategorie drankommt. 1 bis, oh, 1 bis 22. Kategorie Nummer 7. Da schauen wir mal, was ist das denn für eine gute Kategorie. Lidschattenstift. Ja, das gefällt mich doch mal so auf Anhieb. Schreibe ich mir direkt in meinem Büchlein auf. Schauen wir mal, wie viele habe ich denn da? Da habe ich ganze 40 Stück. So, das machen wir jetzt dann viermal. Und Lidschattenstifte hatte ich auch schon öfters in meinen Full Products oder was auch immer drin. Das ist halt immer, ja, das mag ich auch. Einmal die 29. Immer wenn ich dann ein Produkt habe, was allerdings schon dran war, nehme ich das, was in der Reihe da drunter steht. Die Nummer 6, die Nummer 3 und die Nummer 11. Okay. So, da schauen wir mal. Und zwar, die Nummer 3 ist einer von Kiko. Was soll auch anderes sein? Bei Kiko habe ich halt sehr viele. Die Nummer 6 ist auch einer von Kiko. Die 11 hatten wir schon. Okay. Dann der drunter, die 12 hatten wir aber auch schon. Dann kommt die 13. Okay, das ist wieder einer von Kiko. So, und die 29. Das ist einer von Nix. Weg damit. Ich suche sie raus. Aber eigentlich könnte daran bleiben, das ist direkt hier oben. Also, schauen wir mal zusammen. Ich wiege sie noch eben. Okay. Es kann losgehen. Einmal von Nix die Farbe Milk. Ich glaube, das war mein aller, 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 allererster Lidschattenstift. Und es ist ein Weiß. Superschön als Base. Und da freue ich mich wieder drauf, weil der ist total in Vergessenheit geraten. Ist aber nur ein gutes Ding hier. Immer direkt hier oben in meine Box rein. Der hat übrigens noch 13,04 Gramm. So, dann kommt die Farbe Nummer 4 von Kiko. Das ist so ein Braun. Also sehr nude-lastig, die Kiko-Stifte. Die kommen immer so raus, irgendwann nach einer Zeit. Und die halten natürlich auch, ja, sind wasserfest. Das ist das Coole auch. Ein dunkles Braun tue ich sehr gerne an der Wasserlinie. Zumindest habe ich das sehr gerne Zeit lang. Und dann die Farbe Nummer 6 ist auch so ein, ich glaube, das war mein erster Kiko-Eichadot-Stift. Und das ist so ein Taube. Ja, doch, nee, kein Taube, aber schaut mal, so sieht der aus. Und dann halt eine Farbe, die heißt, also das ist die Nummer 7, das ist der hier. Ist halt, ja, der ist jetzt nicht ganz so schön, glaube ich. Ah doch, der ist auch schön. Das ist so ein Creme Champagner-Gelb. Das ist der hier. Also 1, 2, 3, 4 Stück. Ja, bin ich mal gespannt, ne? Es sieht auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus. Okay, wenn ihr wissen wollt, welche da bleiben oder welche nicht, dann schaltet auf jeden Fall in 4 Wochen wieder rein. Wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert mich doch gerne. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Bis dann, ihr Lieben. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü